Say, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten, ja, leider Gottes negativ gespickten Video, denn, naja, was soll man sagen, Deutschland fliegt bei der WM 2018 aus der Gruppenphase, beziehungsweise aus der Gruppe mit Südkorea, Mexiko und Schweden raus und das als amtierender Weltmeister, als Halbfinalist bei der letzten EM und als das vielleicht arroganteste Team bei dieser Weltmeisterschaft, zumindest, was das Selbstverständnis der Fans und was das Selbstverständnis der Mannschaft angeht. Das hat man im ersten Spiel gemerkt gegen Mexiko, wir haben da verdient verloren, aufgrund einer viel zu eingebildeten, arroganten und viel zu wenig leidenschaftlichen Leistung. Das zweite Spiel haben wir dann irgendwie mit Ach und Krach, keiner weiß wie, gewonnen, auch teilweise dank glücklicher Entscheidung, denn normalerweise hätte Schweden halt einen Elfmeter bekommen müssen für Markus Berg und das dritte Spiel haben wir dank unserer Unfähigkeit ebenfalls sehr, sehr spät in der Partie dann mit 2 zu 0 verloren und, ja, dementsprechend scheiden wir das erste Mal seit 1938, bei einer Weltmeisterschaft bereits in der Gruppenphase aus. Ist das akzeptabel? Definitiv nein. Muss man da Konsequenzen fällen oder muss es da Konsequenzen geben? Definitiv ja. Wird das passieren? Man weiß es nicht so wirklich. Kommen wir mal zu der Analyse dieses Spiels. Es ging eigentlich schon damit los, dass ein Thomas Müller nicht in der Startausstellung stammt, was man nachvollziehen konnte, weil er keine guten Leistungen bisher in den ersten Mal in Spielen gebracht hat, aber in Mesut Özil und Sami Khedira wurden wieder reinbeordert, was ich nicht verstehen kann, was kein Mensch eigentlich verstehen können sollte und, ja, das war, da, da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. Es gab auf Facebook Abstimmungen, wo man sagen konnte, ob man glaubt, dass Deutschland es damit schafft und ich habe da, und da bin ich hundertprozentig ehrlich gesagt, nein. Ich habe nicht daran geglaubt, dass wir bei 0 zu 0 herauskommen können. Ich habe allerdings gedacht, dass Mexiko gewinnt und wir es dementsprechend packen. Nur dummerweise hat Mexiko nicht gewonnen. Mexiko hat nämlich richtig schön trotz einem gehaltenen Elfmeter 3 zu 0 auf die Schnauze bekommen von Schweden. Hätte ich so niemals erwartet, nie im Leben hätte ich gedacht, dass Schweden gegen Mexiko gewinnen kann, aber sie haben es gemacht, denn die haben sich reingehauen und gekämpft. Während sich Deutschland irgendwie wieder auf sein Talent verlassen wollte und nicht ansatzweise bis zur 80. Minute über einen längeren Zeitraum Druck auf die südkoreanische Nationalität ausüben konnte. Im Gegenteil, die hatten Kontergelegenheiten, die hätten bereits in der ersten Halbzeit durch Sonnenführung gehen können, das Ding streicht hauchzart am Winkel vorbei. Das hat einfach gezeigt, auch der Freistoß, den Neuer dann plötzlich mal loslässt, das hat einfach gezeigt, so geht es nicht. Mit dieser Einstellung geht es nicht. Er hat dann auch der Halbzeit gehofft, dass wieder ein Hallo-Wache-Effekt kommt, genauso wie gegen Schweden, aber nein. Gab es nicht. Es gab eine Chance direkt nach der Halbzeit, aber es war einfach viel zu wenig zwingend. Es war uninspiriert, es war ein riesiges Problem, weil Deutschland hat seit Ewigkeiten ein großes Problem mit attraktivem Fußball zu spielen, haben es aber in der Quali und so weiter immer noch geschafft. Das war ja auch das große oder ist ja auch das große Argument derjenigen, die jetzt irgendwie auf Krampf nach Deutschland verteidigen müssen. Ey, wir sind seit Jahren immer problemlos durch die Quali gekommen. Ja, wir haben auch einfache Gruppen, mein Gott. Also wirklich, man kann doch jetzt unsere Qualifikationsgruppen bei der WM nicht ernst nehmen. Das ist einfach nicht, das ist nicht nachvollziehbar für mich, wie man sich irgendwie daran aufgeilen kann. Weil ganz ehrlich, Deutschland hatte wirklich Glück. Deutschland hätte auch in so eine Gruppe reinkommen können, wie beispielsweise Mirlande, ja, mit Schweden und Frankreich. Oder Deutschland hätte in so eine Gruppe kommen können, wie Portugal, mit der Schweiz und Ungarn. Das sind beide starke Nationen, ja. Wir hätten auch ein bisschen mehr Glück haben können, aber ganz ehrlich, der stärkste Gegner, den wir hatten, das war Nordirland. Und das muss ich auch auf der Zunge zergehen lassen. Es gab Gruppen, da beispielsweise gab es Spanien und Italien. Ja, Italien ist dementsprechend nicht bei der WM dabei. Island, Kroatien, Ukraine, Türkei. Vier Nationen auf dem gleichen Level fast. Und wir beschweren uns oder wir sagen, ja, ist doch geil, dass wir uns jedes Jahr wieder qualifizieren, obwohl wir keine schweren Gruppen haben. Nie. Es ist kein Wunder, dass wir uns qualifizieren. Das ist aber auch nichts, wo man sagen kann, darauf können wir stolz sein. Dazu kommt immer das Argument, wir sind die letzten Jahre immer so weit gekommen. Ja, wir sind 2014 Weltmeister geworden. Ist richtig. Aber 2016, das war ein Krampf. Das war ein absoluter Krampf. Wir haben nicht in einem Spiel überzeugenden Fußball gespielt und sind verdient rausgeflogen gegen Frankreich. Gegen Italien waren wir eigentlich schlechter. Und wir waren, okay, gegen die Slowakei haben wir gut gespielt. Ja, okay, gegen die Slowakei haben wir gut gespielt. Auch in der Gruppenphase. Das war ein Krampf, da zuzugucken. Es gibt einfach keinen schönen Fußball mehr momentan. Das ist seit der WM schon so. Seitdem wir nach der WM das wiederholte Finale gegen Argentinien verloren haben in Deutschland als Testspiel. Seitdem ist dieser Fußball nicht mehr ansehnlich. Auch Matt Hummels hat das erstaunlich treffend gesagt. Ich finde, Matt Hummels ist ein sehr ehrlicher Typ, was als Fußballer selten ist. Und der hat in einem Interview gesagt, das letzte Mal, dass wir guten Fußball gespielt haben, war im Oktober 2017. Kann sein, dass das Spiel nicht gesehen habe. Aber das kommt durchaus hin. Weil es ist einfach schon so lange her. Man sieht bei der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr, dass die Bock haben, geilen Fußball zu spielen. Vielleicht sind sie wirklich satt. Und das ist auch das große Problem. Denn der Großteil dieser Mannschaft, oder viele in dieser Mannschaft, haben schon die Weltmeisterschaft miterlebt. Die sind schon Weltmeister gewesen. Die brauchen das nicht mehr in ihrer Vita. Gerade so ein Toni Kroos. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Kroos hat gestern noch am besten gespielt. Aber so ein Toni Kroos, der hat jetzt dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Der ist Weltmeister. Der hat alles gewonnen quasi. Klar, dass solche Spieler nicht die hundertprozentige Spannung haben, wie beispielsweise ein Reus, der noch nie bei einem großen Turnier dabei war und jetzt früh nach Hause fährt. Klar, so ein Werner auch und so weiter und so fort. Aber Müller, Özil, Khedira, Boateng, die sind irgendwie alle über ihrem Zenit. Weiß ich nicht. Das ist nicht mehr die Mannschaft von 2014. Die werden alle älter, klar. Aber die sind halt einfach auch nicht mehr auf dem Level. Für mich hätte Boateng in der Startaufstellung allgemein nichts zu suchen gehabt. Klar ist das ein guter Verteidiger. Aber nein. Boateng ist gerade mal so fit geworden zur WM. Und wir haben wunderbar talentierte Nachwuchsverteidiger. Beziehungsweise nicht mal Nachwuchs, sondern auch schon mittlerweile etablierte Verteidiger. Namentlich Süle und Rüdiger. Vor allem Süle. In meinen Augen hätte Süle neben Hummels spielen sollen. Und zwar von Anfang an. So, klar, zweites Spiel. Da musste man improvisieren jetzt. Aber dann hätte man Boateng reinwerfen können. Rechts, links. Kimmich, Hector ist in Ordnung. Kann man mit Leben. Auch wenn man da auch sagen muss. Man könnte den Umbruch machen mit dem Philipp-Max Nomini. Aber macht man nicht. Weil Löw auf seine Lieblinge vertraut. Auf A6. Es spielt ein Khedira von Anfang an. Es tut mir leid. Aber Khedira ist für mich der Inbegriff dessen, dass man satt ist. Ganz ehrlich. Der wird jedes Jahr Meister mit Turin. Der war bei Madrid. Hat da was gewonnen. Soweit ich mich erinnere zumindest. Ist Weltmeister geworden. Klar ist das kein Schlechter. Aber der hat schon im ersten Spiel nicht gut gespielt gegen Mexiko. Warum wirft man den dann wieder ran in ein entscheidendes Spiel? Warum nicht da halt ein Goretzka auf seine angestammte Position, sondern auf der rechten Seite? Warum ein Özil, der bei Arsenal die ganze Saison über versagt hat. Arsenal hat eine unglaublich schlechte Saison gespielt. Die Wenger. Wenger. Der schon vorher kritisiert wurde. Den Kopf gekostet hat. Und Özil hat, auch wenn er die meisten Assists im Nationalteam hat. Auch wenn er die meisten Assists hat in der Premier League und so viele Chancen rausgespielt hat. Ändert nichts daran. Ändert nichts daran, dass Özil seit zwei, drei Jahren im Formtief ist. Und da auch nicht mehr rauskommt. Auch, dass ein Gündogan nicht spielt. Klar ist der unter Druck. Aber anders als mit Spielen kann er sich daraus nicht befreien. Auch wenn ich es da verstehen kann, dass man ihn nicht reinwirft. Aber selbst dann hätten wir Alternativen gehabt. Dann zieht man halt Ginter auf die sechs. Mein Gott. So. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir spielen mit einem... Also Özil, Khedira, Boateng und die Krönung von allem ist Neuer. Ja, Neuer hat keine riesigen Fehler gemacht. Abgesehen davon, dass... Tut mir leid, das ist meine Sicht. Auch bei einem 0 zu 1 so spät hat ein Torwart in der gegnerischen Spielhälfte. Wenn es nicht gerade ein Standard ist. Nix verloren. Da kann der noch so toll sein, fußballerisch. Aber haben wir ja gesehen, was bei rumgekommen ist. So. Und auch Neuer ist in meinen Augen nicht verdient. Also ganz ehrlich, was muss Terz Tegen denn noch machen? Der fühlt sich doch auch verarscht. Der spielt eine brutale Saison bei Barca. Neuer spielt gar nicht und Neuer ist trotzdem die gesetzte Nummer 1. Ohne Sinn und Verstand. Und ich bleibe dabei, dass Neuer das Ding gegen Mexiko hätte halten können, hätte er seinen Arm auf dem Boden gehabt. Gegen Schweden, da sah er auch nicht souverän aus. Auch da, wieder typisch Neuer. Hebt sofort nach dem Tor dem Arm, als ob da irgendwas gewesen wäre. Und gegen Südkorea, gut, da kann er nichts machen. Aber ich wage zu... Also ich möchte behaupten. Ich möchte behaupten. 2014 bei der WM hat er den gehabt in Topform. Da wäre er irgendwie... Der war ja damals unglaublich. Der hat ja alles gehalten. Der hat... Das war ja vollkommen egal wie. Der hat es einfach gehabt. Aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ter Stegen wäre die bessere Wahl gewesen. Einfach um den Umbruch einzuleiten. Klar gibt es jetzt bei uns bisher noch keine Rücktritte aus dem Nationalteam. Abgesehen von Sandro Wagner, was ich auch verstehen kann. Aber nichtsdestotrotz. Auch da hat man... Man hat es wieder gesehen. Mario Gomez steht im Sturm. Der hat gegen... Gegen Schweden eine riesige Kopfballschance vergeben. Und der vergibt gegen... Also das war wirklich traurig. Der vergibt auch gegen Südkorea. Freistehend. Der köpft zentral aufs Tor. Klar, Hummels hat seine Schulter angeköpft. Oder mit der Schulter irgendwie. Den Ball aus Torbach war auch nicht gut. Aber... Sorry. Gomez ist nicht mehr auf dem Level. Schön, dass er Erfahrung hat. Aber ich habe von Anfang an gesagt, Gomez mitzunehmen ist sinnlos. Nimmt Wagner mit. Der ist besser. Von mir aus Petersen ist auch bei... Von mir aus Füllkrug. Von mir aus Uth. Die sind alle besser. Und im Nachhinein... Ja. Kann man jetzt natürlich sagen, äh... Das sagst du jetzt nur. Aber ganz ehrlich, ihr wisst auch, das habe ich schon vorher gesagt. Guckt auf Twitter. Ah ne, Twitter ist momentan deaktiviert, mein Account. Aber guckt, wenn er wieder aktiviert ist, auf Twitter. Ich habe das schon vorher gesagt. Ich habe das auf YouTube dauernd gesagt. Ich habe schon bei der EM 2016 gesagt, dass ich Deutschland nicht so stark sehe. Damals werde ich wohl noch gesagt, äh... Dover Hater. Ne, nichts Dover Hater. Ich sehe einfach, dass ein Umbruch nötig ist. Und der Umbruch wird nicht unter Löw stattfinden. Wir hatten jetzt die Gelegenheit. Wir haben Scheiße gespielt die letzten beiden Jahre. Wir haben keinen schönen Fußball gespielt. Und trotzdem wurden keine Konsequenzen gezogen. Wo man gesagt hat, ja, wir vertrauen ihm. Der ist Weltmeister geworden. Bei der EM ins Halbfinale gekommen. Da wird da schon irgendwie Regeln. Hat er immer funktioniert. Nein. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist absolut der falsche Weg. Das hätte man so nicht machen dürfen. Man hätte die Gelegenheit gehabt, noch für einen Umbruch zu sorgen nach der EM. Oder von mir aus dieses Jahr erst. Ja, nachdem man gemerkt hat, nach der Quali, nachdem die durch war. Ha, irgendwas stimmt hier nicht so hundertprozentig. Aber nein, es wird kein Max mitgebracht. Es wird kein, beispielsweise, Ter Stegen war ins Tor gestellt. Es wird kein Özil ausgetauscht. Von mir aus Goretzka. Der kann auch auf Erzählen spielen. Nein, das wird nicht gemacht. Und dementsprechend ist Löwen nicht der Richtige für einen Umbruch. Weil dann immer wieder diese Lieblinge nominiert werden. Ich finde, wir müssen einen neuen Nationaltrainer haben. Von mir aus Thomas Tuchel. Aber es wird sich sowieso irgendjemand finden. Tuchel ist jetzt bei PSG. Deswegen geht das nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, dass der bei PSG ist. Aber wir werden irgendjemand finden, der das macht. Und ich glaube auch, wir werden wen besseres finden als Löw. Der ist Weltmeister geworden. Der ist bei allen Turnieren ins Halbfinale gekommen. Aber schon bei der EM war das mit Krampf. Und auch dieses Mal für mich war das ein absoluter Krampf, Deutschland zuzuschauen, schon in der Quali. Und dementsprechend ist er jetzt an der Zeit. Ist einfach in meinen Augen so. Und wir sind verdient rausgeflogen. Klar, Südkorea hat gemauert. Aber warum sollen sie es auch nicht machen? Südkorea musste irgendwie das Ding halbwegs vernünftig über die Bühne bringen. Für den Nationalstolz und damit es noch nicht zum Militär muss. Ja, wer den Artikel gelesen hat, der weiß Bescheid. Ist doch klar, dass sie sich hinten reinstellen. Warum sollen die Deutschland das Ding schenken? So. Und wenn sie dann kontern, was sie erfolgreich gemacht haben und das Tor schießen, dann ist es auch verdient. Genauso wie Schweden gut gespielt hat. Genauso wie Mexiko perfekt gespielt hat. Die haben sich alle hinten reingestellt. Aber warum auch nicht? Das ist deren System. Das ist deren Art und Weise zu spielen. Und Deutschland hat gar kein System. Weil Deutschland ist kein spielerisches System erkennbar. Schon seit Monaten und Jahren nicht. Wir spielen keine schönen Chancen heraus. Irgendwie hat es immer funktioniert. Aber meistens, weil wir gegen schwache Gegner gespielt haben. Oder weil mal irgendein genialer Moment kam per Standard oder sowas. Aber selbst das war bei dieser WM absolut Katastrophe. Weil immer alles kurz ausgeführt wurde. Und das kann es nicht sein. Dementsprechend für mich definitiv verdientes Ausscheiden von Deutschland. Vorhersehbares Ausscheiden von Deutschland. Und jetzt ist ein absoluter Umbruch nötig. Und zwar am besten ohne Jogi Löw. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir eure gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr einen komplett anderen Standpunkt. Und sagt, die Spieler müssen ausgetauscht werden. Aber Löw nicht. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt kein Bandwagon-Hater. Wie viele andere, die jetzt aufspringen und sagen. Ja, ich habe schon immer gesagt, Löw muss weg. Bei mir wisst ihr, dass es stimmt. Ich war noch nie Fan von Löw. Ich habe auch gesagt, wir sind Weltmeister trotz Löw geworden. Nicht wegen Löw. Also das könnt ihr mir zumindest mal nicht unterstellen. Und diese Kritik, die ich äußere, ist finde ich auch noch sehr, sehr objektiv. Die ist nicht irgendwie großartig subjektiv. Weil dann würde ich auch beispielsweise was gegen Reus sagen. Weil von Reus bin ich auch kein riesiger Fan. Gut. Das war es von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Vielen Dank.